Hallo und herzlich willkommen bei Sprachkoko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über die Negationspartikel nicht. Ich zeige euch, an welchen Positionen nicht stehen kann. Dazu schauen wir uns die Satznegation und die Teilnegation an. Am Ende des Videos gibt es natürlich wieder eine Übung für euch, damit ihr euer Wissen überprüfen könnt. Und wir legen nach einem kurzen Intro los. Wann gebraucht man die Negationspartikel nicht? Man gebraucht die Negationspartikel nicht, um Sätze, Satzteile oder einzelne Elemente zu negieren oder zu verneinen. Die Negationspartikel nicht kann in unterschiedlichen Satztypen stehen. Schaut euch mal die folgenden Beispielsätze an. Julia macht ihre Hausaufgaben nicht. Oder Macht Julia ihre Hausaufgaben nicht? Warum macht Julia ihre Hausaufgaben nicht? Und Vergiss deine Hausaufgaben nicht. Von oben nach unten haben wir einen Aussagesatz, dann eine Entscheidungsfrage oder Ja-Nein-Frage, eine Ergänzungsfrage bzw. W-Frage und einen Aufforderungssatz. Das interessiert euch aber wahrscheinlich gar nicht so sehr, oder? Ihr möchtet wissen, an welchen Positionen nicht steht. Und genau dieser Frage gehen wir in diesem Video nach, denn nicht kann an unterschiedlichen Positionen im Satz stehen. Ich zeige euch nun konkrete Beispielsätze, damit ihr eine Vorstellung davon habt, was ich denn heute zeigen möchte. Seht euch mal die folgenden Beispielsätze an. Das sind die ersten Beispielsätze und sehr einfache Sätze. Aber es geht um die Struktur. Schaut euch mal die Sätze an. Wo steht nicht? In den ersten beiden Sätzen steht nicht am Ende. Die Struktur ist ähnlich. Wir haben ein Subjekt, ein Prädikat und ein direktes Objekt. Je nachdem, welches Sprachniveau ihr habt, könntet ihr auch sagen, hier haben wir eine Person und schon ein Verb und eine Ergänzung. Dann steht nicht am Satzende. Wenn es um die Satznegation geht, das schauen wir uns aber später noch einmal an. In Satz 3 haben wir eine andere Struktur. Hier haben wir das Perfekt. An Position 2 ist das Hilfsverb. Und am Satzende steht der infinite Verbteil. Hier das Partizip 2. Das braucht ihr, um das Perfekt zu bilden. Wenn es dann eine Satzklammer bildet, steht nicht vor dem zweiten verbalen Element. Wenn ihr wisst, was ein Prädikat ist und auch wisst, was ein mehrteiliges Prädikat bedeutet, könnt ihr auch sagen, nicht steht vor dem zweiten Teil des Prädikats. In Satz 4 gibt es ein trennbares Verb. Ihr seht das hier in diesem Satz. Ja, ich nehme das Buch nicht mit. Und das wird ja getrennt. Und der trennbare Teil, also in diesem Fall die Partikel, steht am Satzende. Und dann gibt es auch wieder eine Satzklammer, wenn ihr hier ein trennbares Verb habt. Okay? Also sind die Sätze 3 und 4 auch ähnlich. Merkt euch hier diese Satzklammer. Linke Satzklammer, Position 2 und dann rechte Satzklammer am Ende des Satzes. Ja, in einem Hauptsatz. Okay. Sehen wir uns noch weitere Beispielsätze an. Hier gibt es wieder Besonderheiten und diese erkläre ich ganz kurz. Im ersten Satz gibt es ein reflexives Verb, das eine präpositionale Ergänzung fordert. Sich konzentrieren auf. Das müsst ihr so lernen. Bitte. Wenn es eine präpositionale Ergänzung gibt, steht nicht davor. Er konzentriert sich nicht auf seine Prüfung. Hier haben wir die präpositionale Ergänzung. Nicht steht davor. Im nächsten Satz gibt es wieder ein trennbares Verb. Er räumt sein Zimmer nicht ordentlich auf. Aber Nichts steht gar nicht vor dem zweiten Verbteil. Also nicht vor der Verbartikel. Warum? Wir haben hier noch eine modale Angabe. Nämlich ordentlich. Modale Angaben könnt ihr mit wie erfragen. Wie räumt er sein Zimmer auf? Er räumt es ordentlich auf. Zum Beispiel. In diesem Fall ist es nicht ordentlich. Nichts steht vor der modalen Angabe. Und der letzte Beispielsatz. Er trifft ihn nicht in der Stadt. Hier gibt es eine lokale Angabe. Wo trifft er ihn nicht? In der Stadt trifft er ihn nicht. So. In diesem Fall steht Nicht vor der lokalen Angabe. So. Ihr merkt, dass Nicht an verschiedenen Positionen im Satz stehen kann. Es gibt aber noch weitere Besonderheiten. Denn oftmals kann man nicht nochmal an andere Positionen verschieben. Wir sehen uns jetzt ganz kurz Beispiele an. Ich erkläre dann, was Satznegation und Teilnegation bedeutet. Beginnen wir mit dem ersten Beispielsatz. Ich möchte heute nicht ins Schwimmbad gehen. In diesem Satz steht Nicht vor ins Schwimmbad. Hä? Warum steht Nicht nicht weiter hinten vor dem zweiten verbalen Element? Das hat Patrick doch vorhin gesagt, oder? Äh, ja. Habe ich wirklich. Und es ist auch oft so. Aber ihr müsst tatsächlich den gesamten Satz ansehen und alle Elemente. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich möchte es mal versuchen, euch zu erklären. Ich möchte heute nicht ins Schwimmbad gehen. Wir haben hier den finiten Verbteil und den infiniten Verbteil. Eine Satzklammer. Es steht nicht direkt vor dem zweiten Prädikatsteil, weil es in diesem Satz noch eine Direktivergänzung gibt. Oder sagen wir mal, etwas einfacher, eine lokale Ergänzung, die noch enger zum Prädikat gehört. Okay? Also, gehen. Wenn ihr dieses Verb hört, dann stellt ihr euch vielleicht schon einen Zielort vor. Dieses Konzept gehört irgendwie eng zueinander. Also, wir haben diese Bewegung, die durch dieses Verb ausgedrückt wird und auch noch eine Richtung. Und beide Informationen vollenden dieses Konzept. Okay? Sie gehören ein bisschen enger zusammen. Und da sie ein bisschen enger zusammen gehören, bleiben sie auch enger zusammen in diesem Satz. Und nicht schiebt sich dann eben vor diese Ergänzung. Aus diesem Grund steht nicht vor dieser lokalen Information, um das einfacher auszudrücken. Wir haben noch eine temporale Angabe hier, die könntet ihr weglassen, sowie ein Subjekt. Ich möchte heute nicht ins Schwimmbad gehen. Das hier ist ein Beispiel für die Satznegation. Der komplette Satz wird verneint. Ihr könntet nicht nun verschieben. Ihr könnt sagen, Ich möchte nicht heute ins Schwimmbad gehen. Jetzt steht nicht vor der temporalen Angabe. Es steht vor heute. Diese Information wird jetzt verneint. Nur ein Teil des Satzes oder ein Element des Satzes wird verneint. Dann spricht man von der Teilnegation. Okay? Diese Verneinung könnt ihr auch korrigieren. Ihr könntet sagen, Ich möchte nicht heute ins Schwimmbad gehen, sondern übermorgen. Oder nächste Woche. Oder wenn es wieder warm ist. Ja, ihr seht auch, die Strukturen sind komplex, aber es sind immer temporale Angaben. Genau. Das ist die Teilnegation. Außerdem könntet ihr auch einen Satz formulieren, wie diesen hier. Ihr könntet sagen, Nicht ich möchte heute ins Schwimmbad gehen, sondern meine ganze Familie. Wow. So. Nicht ich möchte heute ins Schwimmbad gehen, sondern meine ganze Familie. Hier steht nicht vor dem Personalpronomen, vor dem Subjekt. Dieses Element wird verneint. Auch hier ist es die Teilnegation. Okay? Also, ihr seht, je nachdem, wo nicht steht, unterscheidet sich die Negation. Entweder bezieht sie sich auf den gesamten Satz oder nur auf ein Element oder einen Satzteil. Deshalb Teilnegation. Okay? Gut. Wir sehen uns nun weitere Beispiele an. Im Folgenden werde ich immer den Beispielsatz zeigen, ohne Negationswort. Und dann negieren wir den Satz oder Satzteile. Er hat den Kaufvertrag gestern im Büro unterschrieben. Hier haben wir einen Satz. Wie verneint man diesen Satz nun? Es geht um die Satznegation. Sehen wir uns das einmal an. Er hat den Kaufvertrag gestern im Büro nicht unterschrieben. Hier steht das Negationswort vor dem zweiten verbalen Element. Und im Unterschied zum vorangegangenen Beispiel gibt es hier eine lokale Angabe. Okay? Sie ist weglassbar. Fakultativ. Jetzt steht nicht vor dem zweiten Prädikatsteil. Das ist die Satznegation. Sehen wir uns nun die Teilnegation an. Für verschiedene Elemente natürlich. Er hat den Kaufvertrag gestern nicht im Büro unterschrieben, sondern zu Hause. Hier wird die lokale Angabe negiert. Nicht im Büro. Oder Er hat den Kaufvertrag nicht gestern im Büro unterschrieben, sondern vor zwei Wochen. Wann? Vor zwei Wochen. Hier wird die temporale Angabe negiert. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Sehen wir uns auch diese Möglichkeiten an. Er hat nicht den Kaufvertrag gestern im Büro unterschrieben, sondern seine Kündigung. Leider. Hier steht nicht vor der Ergänzung. Nicht den Kaufvertrag nicht den Kaufvertrag, sondern die Kündigung. Schade. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest schnell wieder eine Arbeit. Dann den letzten Beispielsatz. Nicht er hat den Kaufvertrag gestern im Büro unterschrieben, sondern seine Frau. So sieht es nämlich aus, Mann. Sie hat die Hosen an. Nicht er hat den Kaufvertrag gestern im Büro unterschrieben, sondern seine Frau. Hier steht das Negationswort vor dem Subjekt. Und ihr seht, auch hier wird nur dieses Element negiert. Alle Beispielsätze sind Beispiele für die Teilnegation. Sehen wir uns nun das nächste Beispiel an. Clara hat sich vor lauter Aufregung kräftig auf die Zunge gebissen. In diesem Satz gibt es einige Angaben. Es gibt eine Information über den Grund, über die Art und Weise und den Ort. Es gibt also eine kausale, eine modale und eine lokale Angabe. Doch wo steht nicht, wenn wir den Satz negieren? Sehen wir uns das nun an. Clara hat sich vor lauter Aufregung nicht kräftig auf die Zunge gebissen. Stimmt ja gar nicht. Clara hat sich vor lauter Aufregung nicht kräftig auf die Zunge gebissen. Hier negiert man den gesamten Satz. Aber nicht steht relativ weit vorn. Nicht steht nicht vor dem infiniten Verbteil, wenn es ein mehrteiliges Prädikat gibt. Auch nicht vor der lokalen Angabe. Sondern vor der modalen Angabe. Wenn es in eurem Beispielsatz oder Übungssatz eine modale und lokale Angabe geben sollte, steht nicht meistens vor der modalen Angabe. Ich habe vorhin aber schon einmal gesagt, dass die Satz- und Teilnegationen oft nicht einfach voneinander zu unterscheiden sind. Dann müsst ihr besonders auf die Betonung des Sprechers achten, so wie Gestik und Mimik. Denn ich könnte ja auch sagen, Clara hat sich vor lauter Aufregung nicht kräftig auf die Zunge gebissen, sondern leicht. Dann steht nicht vor der modalen Angabe und negiert auch nur diesen Teil, also dieses Element. Es steht vor kräftig und es verneint dieses. Durch die Betonung wird das dann deutlich. Das ist dann nicht immer so einfach zu unterscheiden, weil ihr den gesamten Kontext beobachten müsst. Aber zur Information, ihr könntet nicht auch dann gebrauchen, um nur dieses eine Element zu verneinen. Nicht kräftig auf die Zunge gebissen, sondern nur leicht. Und dann ist es ein Beispiel für die Teilnegation. Sehen wir uns nun an, an welchen Positionen nicht noch stehen kann. Clara hat sich nicht vor lauter Aufregung kräftig auf die Zunge gebissen, sondern vor Schreck. Oh, jetzt habe ich mir vor Schreck auf die Zunge gebissen. Ja, in diesem Fall steht nicht vor der kausalen Angabe. Clara hat sich nicht vor lauter Aufregung kräftig auf die Zunge gebissen, sondern ihren Sitznachbarn. Ich kann mir schwer vorstellen, wie das funktioniert, aber es ist vielleicht möglich so. Oh, sorry, voll auf deine Zunge gebissen. Keine Ahnung, vielleicht hat er so eine lange Zunge. Noch einmal. Clara hat nicht sich, also nicht steht vor diesem Pronomen und verneint dieses Element. Es ist wieder ein Beispiel für die Teilnegation. Nicht sich vor lauter Aufregung kräftig auf die Zunge gebissen, sondern ihren Sitznachbarn. Und noch das letzte Beispiel. Nicht Clara hat sich vor lauter Aufregung kräftig auf die Zunge gebissen, sondern David. Hier steht nicht vor diesem Nomen, vor einem Eigennamen. Nicht Clara hat sich vor lauter Aufregung kräftig auf die Zunge gebissen, sondern David. Ihr seht, das Beispiel zeigt ganz viele Möglichkeiten, nicht an einer anderen Position zu positionieren. Und in diesen Fällen wird eben nur das Element oder der Satzteil verneint, vor dem das Negationswort nicht steht. Es gibt also eine Satznegation, möglichst weit hinten am Ende des Satzes und eine Teilnegation. Bitte merkt euch das. Es gibt nun natürlich noch eine Übung für euch. In dieser Übung seht ihr drei Beispielsätze. Eure Aufgabe ist es, jeden Satz zu verneinen. Seht euch nun die Beispielsätze an. Bitte verneint nun jeden Satz. Es geht um die Satznegation. Schreibt eure Lösungsvorschläge einfach in die Kommentare des Videos. Und wenn ihr eine Zusatzübung machen möchtet, könnt ihr auch gerne für jeden Satz bestimmte Elemente oder Satzteile negieren. Also die Teilnegation üben. Auch das dürft ihr gerne kommentieren. Ich werde mir eure Antworten ansehen und dann gegebenenfalls den ein oder anderen Kommentar schreiben, euch Hinweise geben oder auch Lerntipps. Oder einfach nur sagen, super, ihr habt alles richtig. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, die Negation mit nicht besser zu verstehen. Also den Unterschied zwischen der Satznegation und Teilnegation. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals freuen. Ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten.